ja herzlich willkommen zurück hier auf meinem youtube-kanal wie ihr seht ich habe hier grafikprobleme hier ohne ende mal gucken fähigkeiten werden wir jetzt erstmal ein paar dazulernen, ökosystem mal sehen ich sehe ich so ein rucksack rein damit ich vor allem halte ich es weiter anzudenken ok, sind die quellen mehr gewöhnliche herstellungsmaterialien, ok was haben wir denn hier noch, luftattentat das haben wir schon automatisch, wenn sie einen attentat haben, das haben wir schon gekauft, genau ahnung, dann fangen sie jemanden zu zwingen zu begleiten ok, das ist schon mal interessant, kann ich nicht ok, was soll denn hier das ist schon mal wichtig, erlaubt uns durch Wände zu blicken, sehr sehr wichtig Leute so, Datenbank Ganken Upgrades, was haben wir denn hier, leider sind sie sehr pixellig, muss mal gucken, dass das gleich nicht so ist wenn sie rucksack in den Kampf schicken, eröffnen sie den Kampf mit einer gemeinsamen Salve das ist natürlich nice machen wir na gut, wie gesagt, wir kommen zurück und jetzt werden wir erstmal zurückdüsen leider hat die Karte echte Macke und dann mal vorbei, mal sehen wir, beachten sie mich, aber ja nicht was haben wir denn hier ok so, hier ist, achso, ist nur ein Zeichen, ne ist kein Zeichen dafür was soll denn hier sein, Leute irgendwas markiert er hier doch Helix Glitch ach, da oben, ne ein Helix Glitch, da oben ist er da haben wir ihn, Leute um uma um 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 Okay Leute, eine Wache per Seilrutschluft-Attentat töten, oh nice. Was ich hier so ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht mehr in die Häuser alle rein kann. Das sind ja so vereinzelte, bei den anderen konnte man viel mehr in die Häuser rein, hatte ich den Eindruck. Oh, was haben wir denn da? Die Kiste. Oh, da ist noch einer. Hm. Ich habe freie Sicht auf Sie. Oh, scheiße. Da ist sie ja. Ich kann ihr die Rüge wegpusten. Ich würde dich töten und an die Schweine verfüttern. Sie ist flink, ihr müsst sie überwältigen. Ui, 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 ui. Oh, krass. Alter, was ist das für eine Hexe? Hm, die war gut. Oh, jetzt darf ich echt nochmal so lange warten, bis sie anfängt. Wir laufen, wir laufen. Wir laufen, wir laufen. So, da haben wir es. Ich will diese Truhe öffnen, Leute. Oh, wieder Viere. Ach, da oben ist die alte Hexe. Dann muss ich die erstmal kalten, Mann, da drüben. So, dann schnappen wir uns die erstmal. Und Nachrichten von ihr. So, dann müssen wir weitermachen bei den Jungs hier. So, dann müssen wir uns umdicken. da hin Wenn das so weitergeht, gib mein Herzen den Geist auf, bevor mir graue Haare wachsen. Ich hab nicht vor, jung zu sterben. Nein, danke. Schluss. Wunderbar. Ich liebe so kleine Geräusche. Was soll ich jetzt tun? Das ist nur ein Riech für eine Lady. Schau schon! Hab freie Sicht auf Sie! Das war's dann wohl. Ihr kriegt euch, wenn ihr sie... Ich krieg das diesmal nicht, Leute. Mach dich kaputt! Wenn nicht, hole ich nicht meinen Brüdern. Zack! Juhu! Und die nächste Truhe! Metall! So, und dann haben wir hier noch eins. Das. Das ist nur noch schon. Oh, wundst ihr euch hier in deiner Je언zeia? Was haben wir noch? Wenn du? Ja, das ist jetzt wer, nehm ihr verschwenden. Da! Saal! Oh! Ich wusste, das ist doch neig! Wollte ich gar nicht, leider. Zack, und Erfolg. Hör doch nicht. Hinterher, das ist ein sinnloses Unterfangen. Ich habe sie endlich hier. Supergold ist rutschend. Schlaf, ihr Schweine. Schade, ich wollte es so geil machen. Scheiße, Leute. Na gut. Mal gucken, wo wir hin müssen. Aussichtspunkt. Den könnten wir eigentlich noch mitnehmen. Lasst uns mal nur einen Punkt setzen hier. Eine Aussichtsplattform. Und dann, wenn wir erstmal Trende machen, denke ich mal. Vielleicht nebenbei noch ein, zwei Leute umbringen. Und die Klappe. Wenn ich da rüberkomme, wirst du dir wünschen, du wirst nie geboren. So, mal gucken. Die ist hübsch, die Rutsche. So, da müssen wir also hin. Okay. Wollte ich in die Pfütze treten, Leute. Zack. Wie viel praktischer. Da kann man viel besser um. Und kann alles genießen. Wieso springst du nicht? Ja, jetzt. Schon nice aus, Leute. Sind denn die Striche jetzt? Sind die wieder so eine Elemente hier? Oder was ist das? Juhu. Geil. Sturzflug. Schau. Ah. So. Haben wir die nächste Karte das Stück auf Heim gemacht? So und hier war irgendwas markiert, Leute. Da ist was grünes. Den soll ich dir eh töten, okay Okay, dann machen wir doch was anderes Dann hauen wir ab Oh, scheiße Ach, da oben war auch noch einer? Oh, nee Ah, Leute, es ärgert mich gerade richtig, ey Den einen soll ich da töten, ja So, wie man gesehen hat, den musst du euch töten Oder sollte ich töten Gucken wir mal nach, wo waren die jetzt? Der Falle unten, da ist er Den töten wir jetzt Den werden wir von oben töten Mit einem Wurfmesser, genau in den Schädel oder so rein, mal gucken Ein Tempelritter Der sah so schon so tempelmäßig aus So, den machen wir auf jeden Fall noch Und vielleicht noch den anderen Ich weiß es noch nicht Wir gehen von ab, wie wir vorankommen Da ist noch ein Bösewicht Ich sehe dich da oben Kannst du noch? Was macht sie denn hier? Na, alte Frau Oh, du hast getroffen Wer hält nicht lange durch Du bist, alle Danke für die Ruhe Die haben mich dazu gebracht Er hätte es akzeptieren sollen Genau Seine Flucht macht alles nur noch schlimmer So, Leute Willst du mal unser Wurfmesser wieder? Nee Wollte ich eigentlich plündern, Mädel Wo ist er? Dich soll doch hier einen töten So, da gucken wir doch mal Wo er ist Wo ist diese Hippe? Ja So, Leute Wo bin ich denn hier überhaupt? Das ist ein ganzes Territorium, ne? Na gut, dann machen wir das anders Auf weg Der da Lass sie nicht entkommen Zu den Waffen Die haben mich dazu gebracht Boah, krass, ey Die Templer sind echt gefährlich, ey Das ist doch nicht mein Level Hier ist ja Level 5 erst Ja, dann werde ich erstmal für heute Schluss machen Ich danke euch jedenfalls für zugucken Und nochmal zurückgehen in die andere Ecke Ein bisschen leveln erstmal Bis zum nächsten Mal Euer Berlin aber Auch wenn Tut mir leid, dass heute nicht so viel geklappt hat Bis dann, ciao